So, da sind wir wieder zu GTA Online. Super! Ja, nur, keiner hat gemacht, ne. Ja, aber ich würde der Assi, der alleine gemacht hat. Ja, eigentlich wollten wir alle zusammen jetzt Anseil machen, aber die anderen haben es wieder nicht gerallert. Ne, ich dachte, wenn ich jetzt das mache, dann macht ihr es nicht und ihr habt es wahrscheinlich genauso gedacht. Ja, und ich bin wieder der gewesen, der gedacht hat, ja, sie machen mit und dann wurde ich enttäuscht. Naja, egal, auf jeden Fall, willkommen zurück zu GTA Online. Willkommen zurück zu einer weiteren Scheiß-Pech-Folge GTA Online. Ja, genau. Diese Rennen- und Deathmatches hier sind alle wie Popel in der Nase, die an irgendeinem Herrchen hängen und richtig festhängen, weißt du? Solche Rennen sind da hier. So, deswegen machen wir jetzt erstmal Spielen. Dann machen wir hier... Shit-Walk-Chaos. Oh, ich bin ja mit Onkel in einem Team. Unglaublich. Petrone Fass auch, Watchdog auch und keine Ahnung, wer da hinten ist. Ah. Alex. Ja, weiß denn. So, bei mir ist noch OP Pyro Egg. Okay. Erstmal Rang 571. Na, das geht schon mal. Ja, ja, ja. Standard, normal. Ja, mittlerweile eigentlich Standard dabei geht, ja. Anti-Sheeper. Und so. Alles erspielt. Ja. Na klar, los. Was los? Wird geladen. Ach ne, ne. So, bereitet euch schon mal vor auf Rage-Mode. Ähm. Alter. Alter. Ach du Scheiße. Es ist wieder... Nur mit... Nur mit... Gibt's hier gar ne richtigen Waffen? Nein. Nur Bansy und sowas. Oh Gott. Ja. Könnt' ich wieder so lief. Könnt' ich wieder so zusammen trischen. Alter, ich hab' einen gekillt. Bäm. Bäm. Voll ins Gesicht rein. Und der hat bestimmt die ganze Zeit nicht arg. Ja. Ja, und ich komm jetzt die ganze Zeit. Oh, Bäm. Alex, vermiss dich. Nein! Er gibt mir einen Schlag. Einen Schlag, ey. Alter, du Typ, Mann. Ja, klar. Ey, komm. Ja, die Knie. Leute, fängt schon wieder gut an hier. Taktakt. Irgendwelche... Komischen... Glitch-Reflexe hier und du bist tot. Ja. Onkel, pass auf. Da kommt gleich noch um die Ecke mit Basie. Nicht da hinrennen! Nicht da hinrennen! Kann mir die Eier kraulen. Ey, wieso habt ihr keine Waffen mehr? Wenn ihr schlau wären, würdet ihr einfach an den Waffen warten. Ja, ich hab' vier Waffen gefunden schon. Also, ich hab' jetzt vier Waffen. Ja, ja. Ja, ja, der trifft nicht. Ja, ja. Ey, ich kann dich nicht mehr älter sein, wegen Freunden. Ja, Alter. Ja, mach den Alex fertig, der jetzt verdient. Fick dich selbst. Jetzt hier den noch. Ja, komm, tritt rein da. Hab' ich jetzt ne Waffe aufgehoben? Nö, immer noch nicht. Mein Team lohnt sich so viel Eier. Komm mal rein, jetzt hier nicht. Ich hol mir die... Ich hol mir die Kohle. Ey, ist so unfair, dass der Typ da ein Messer hat, ne? Wie überhaupt nicht unfair. Ich hab' die ganze Zeit dieses heutige Sirenengeheul. Wieso... Alter, dieser Watch... Ey, der ist super fit. Ey, wieso hat der ein Messer? Das ist so unfair. Ich bleib' bei ihm. Wenn ich bei ihm bin, Alter. Ja klar, der schlägt auf ne Leiche ein, ey. Boah. Ist das ein Basie? Ach so, ich hatte schon ein Basie. Pff, du bist so ein Genius. Ey, der hat ein Basie. Ey, der hat nen Golfschläger und Tritt, weißt du? Sack. Ja, fallen auf Fresse hier. Scheiß Medi, Sorgung, Penis. Komm, wir machen die zusammen klar. Ey, das ist mit Watchmen so. Gar nichts klar hier, ey. Guck mal, jetzt ganz schnell einer Hut vor. Schon wieder Pull. Bam. Lol. Da sind noch zwei Onkel. Schnell, helf mir. Du schlägt doch nicht. Hinter dir, Alex. Ey, der... Feiert ja hier. Warum schlägt man da hinten eigentlich gar nicht an? Ich auch nicht. Das ist glaube ich, weil wir Freunde sind. Ja, wie sinnlos ist das? Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Einstellung was zu tun hat. Ich versuch's grad zu machen. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ja, warte. Warte doch, ich hab's grad auch hin. Verfolg ihn zur Drohne. Er darf nicht entkommen. Bam. Nein. Jetzt bin ich der Gast. Oh, scheiße. Du scheiße. VTR Online. Will mich loswerden. Fuck, ey. Das ist mein Basie, ey. Das bin nur den Preußen. Das ist der Watchdog. Der nimmt einen Nullschaden, egal wie du ihn schlägst. Das ist aber auch wieder Logik, ey. Dann machen sie eine Option und dann ist auch noch ein Nachteil im Spiel. Ja, aber wenn's wirklich... Ja, klar. Leute, ihr seht das, ne? Ihr seht das. Wir haben hier den ultimativen Beweis, wie dumm dieses Spiel ist. Voll getroffen, nichts passiert. Ey, nein! Alex, du Sau! Ich hab grad mein Baby ausgewählt, ne? Was kann ich denn dafür? Dieser Watchdog ist noch unfairer. Er rennt hier mit dem Messer rum. Ja, würd ich auch machen, könnt ich's machen. Ja, gib mir einen Schlag. Ich bin tot. Ja, ich lieg am Boden. Ein weiterer Schlag. Kaputt. Alter, let's play, ne? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache. Weiß ich auch nicht. Alter, der kotzt nur noch an die F***er. Haben wir uns gegenseitig weggekloppt? Ja, mit einem Schlag. So realistisch. Voll nieder, Natala-Style. Mit der Keule. Hallo. Meiner schlägt dich gar... Ja, jetzt lieg's auf dem Boden. Ja. Zu zweit. Zu dritt. Na, zu dritt sogar schon. Alter, das ist so kackisch. So schnell tot, ne? Und alle anderen fressen und fressen die Schläge. Ja, er leckt an mir vorbei. Scheiß drauf. Der Witcher sollten uns gar nicht diese Sachen mehr aussuchen. Wir sollten einfach normal GTA weiterspielen. Das ist nicht normal. Ey, ich kann dich echt nicht hauen. Weglaufen ist viel spaßiger. Ja klar, Alex kloppt einfach auf die eine drauf ein und schlägt mich nebenbei weg. Ey, was kann ich dafür, wenn das Spiel so f***t? So, komm hoch hier. Du kriegst direkt einen vor die Latte. Ey, wieso? Mein Charakter ist so geistig zurück. Ey, ich treff ihn schon wieder nicht. Ey, Leute. Ich reg mich hier noch nicht mal künstlich auf. Er ist wirklich behindert. Ich treff die gar nicht. Ich schlag drauf. Man sieht, wie der Schläger durch seinen schäbigen Magen geht. Ey, nichts passiert. Komm schon, das ist noch einmal passiert. Ne, ist feier. Nein, ich wollte auch noch mal zuhauen. Alter, Alex will da in Gold stehen. Wäre mir scheißegal. Hast du es? Alex stand schon wieder hinter mir. Ja, ich bin hinterher gelaufen. Du Lump. Ja, ja, ja. Ekelhaft. Pyro, Pyro. Oh, wie viele Kills ich hab, das bringt mir gar nichts. Ah, du bist erst noch in deinem Team gewesen. Ja, unglaublich. Nice, nice, nice. Mein Team konnt ja auch nichts. Jetzt kommt direkt der nächste Scheiß. Na klar. Wie ich meine Nervenzellen auskoste. Am laufenden Band. Wie lange hält Onkel den Rage-Onkel noch unter Druck? Ja, wenn ich das schon wieder lese und sehe, ne? Der Entfernung ist 17 Kilometer. Oh, fein, fein. Dann machen wir aber was über Sportwagen. Ja. Aber. GTA, oder? Wollen wir GTA-Rennen machen? Nein. Warum? Über 17 Kilometer. Bist du wahnsinnig. Ich bin Spuddy. Wenn du das machst... Okay, weiter geht's. Mach's damit nur Freunde. Nein, einfach... Chill mal. Oh, da ist wieder der geile Voltic. Voltic. Voltic, auf jeden Fall. Jetzt gleich wieder einfach Kriege, ne? Ja, dann wähl doch mal davor schnell aus. Gibt doch sowieso nur Edda oder Königsegg. Oder ist der Terrorismo jetzt mittlerweile auch bei den Supersportwagen angekommen? Alter. Glauben nicht. Es geht ja... Was können die sich nicht denken? So viel Brain-Masse haben die nicht. Köh. Hmhm. Yeah. Oh, das wird so lustig. Ich freu mich. Ich freu mich. Ey, warum starte ich immer als Erster? Warum bin ich immer hinten? Oder fast hinten? Darf ich immer die ganze Zeit aufholen oder versuchen? Nein. Oh Mann. Fängt schon mal gut an hier. Ja, Ed fängt an. Ed fängt genauso an, wie ich hätte mir gedacht. Nein, ich war so schön, dann mit einer auf mir drauf. Passiert. Hallo David, hallo Onkel. Ahhhh. Ey. 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 Ey, Alex. Ey. Ey wir fliegen jetzt so dritten, alter! Oh, nein! Oh nein! Wow, ich hatte einen passigen Spaß. Egal, okay, jetzt rollen wir das Feld von hinten auf hier. Ja, und ich überschlag mich erstmal hundertmal. Ja, ich seh's. Wieso denn das? Wieso denn das? Oh Mann, oh Mann. So aufgejagd. Was ist das für Spaß? Ist das ein Bug oder bin ich on Crack? Alter, ich hör nur noch Pullen-Serien. Ja. Ich glaub, das hat sich erstmal eingebrannt in den Hörern. Die Bullen, die Bullen. Wo, wo, wo sollen wir denn da hin? Woah. Ich seh's aber fies. Oh, ich hab den... Das ging eigentlich noch. Nö. Äh, wie sinnvoll ist dieser Checkpoint da oben, bitte? Sinnlos. Hä? WTF? Ey, ich hab das jetzt auch nicht gerallert, ich hab mich jetzt zurückspawnen lassen. Wie alle anderen auch. Die Rampe, das war total wie Schick und... Ich glaub, der hat ne Rampe vergessen, der Typ. Vielleicht wollte auch auf die Leute nur irritieren. Irgendeiner ist anders gefahren und jetzt hat er den fetten Vorsprung. Hat schonmal... ...wieder Sinn. Im Unsinn. Oh, Alex. War er jetzt so garantiert von diesem verkorksten, verfetteten Land, ey. Der Reed will es doch bei jedem Scheiß die Schuld geben. Nein, nur weil ich da hinfahre und drehe. Oh, Alex. Ja, du bist doch immer wieder im Weg. Wieso im Weg, wenn du falsch bist? Wäre ich anders gewesen, hätte ich einen anderen Namen erwähnt. Aber irgendwie bist du immer schuld. Natürlich. Nein. Du bist auch schuld, dass wir so ein Scheiß spielen. Boah, hat der einen Vorsprung, hat der Typ, ne? Alter, fuck. Ja, das ist der, den ich aus Versehen weggerammt hab. Boah, Alex. Der hat jetzt den Vorsprung. Guck doch mal, ich mach... Ich fahr mir die Rampe überschlag nicht tausendmal. Alter, ram mich doch nicht weg, du räudiger Köter, ey. In der Luft. Der Reed will auf jedem Scheiß die Schuld. Vorletzter. Ich glaub, der Typ, der da ganz vorne ist, der hat einfach nur ein Checkpoint verpasst. Und wird das gar nicht... Ich überschleib mich jedes Mal hundertmal. Muss wieder... gleich den Der Reed blockieren. Fuck. Ich bin auf der falschen Seite gelandet. Boah, Markus, du... Codenascher, alter. Oh, ach. Mach schon wieder an, die Leute doof anzumachen, weil ich wieder am Rasten bin hier. Tut mir leid. Böser, böser Onkel. Was willst du denn? Ich bin ganz hinten auf dem zehnten Platz, ey, und... Ja, ja, auf dem siebten. Ja, aber... Du hast wahrscheinlich noch ein paar vor dir, die du irgendwie noch einholen kannst. Mich einholen? Fuck. Also ich hab auch natürlich welche vor mir, die ich noch einholen kann, aber ob ich das schaffe... ... glaube ich ja weniger. Aber naja, einfach mal überraschen lassen jetzt hier. Lass dich über... Und sich tausend überschlagen. Das wird ja so sinnvoll. Oh, oh. Nein, bitte nicht gegen das Schild. Oh, Glücker. Oh, hi. Boah. Hey, hey, hey. Hey, tue ich schon im Wunder. Wo ist das? Oh, da schlage ich mich so übertrieben, dass ich jedes Mal wenden muss und dabei jedes Mal irgendjemanden weghau. Siehste, du kannst nicht fahren, Alex. Du kannst einfach nicht fahren. Du kannst nicht fahren. Deswegen bist du noch letzter. Äh, muss ich da hin? Ja, ich weiß. Na und, ich kann nicht fahren, aber du kannst auch nicht fahren. Ja, dann können wir halt beide nicht fahren, um zu sagen, dass ich nicht fahren kann, weil du selber nicht fahren kannst. Und wenn man es selber nicht kann, sollte man es auch nicht sagen. Doch. Ne. Wenn du es selber nicht kannst. Ja, dann erwähne ich das, was ich das nicht kann und zieh andere noch mit rein. Die ist auch nicht. Das ist so ein Drogensüchtigen. Kannst du nicht so ein Drogensüchtigen sagen, wenn du selber Drogensüchtig bist? Ey, hör auf Drogen zu nehmen. Oh, das kann ich doch sagen. Ja, aber wenn du selber welchen nimmst, David? Ist doch egal, aber sag gar nichts. Aber David, wenn du selber Drogen nimmst. Was ich natürlich nicht tue. Ja, tut er auch nicht. Was hat der denn gemacht? Nein, 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 nein. Oh, hier steht jemand. Ach ne, das ist einfach nur so ein Zivilauto. Ich dachte, jetzt habe ich endlich mal einen eingeholt. Dachtest du was? Zu früh gefreut. Ich werde noch Erster. Ich werde noch Erster. Ich auch. Wie lange geht das Ding noch hier? Keine Ahnung, 17 Kilometer. Noch 2-3 Minuten ungefähr. Oh nein. Das war so klar. Ne, das war so klar. Bei mir ist total langweilig. Bei mir passiert gar nichts. Ich fahre einfach nur und sehen. Ich lande wieder auf dem Dach von den kleinen Typen. Was soll ich sagen? Und wenn ich fahre, dann fahre ich mit einer Rampe und dann crash ich die Hälfte wieder weg. Dann machst du zumindest Crashes und so. Toll. Ich verursache dann Crashes, weil sich mein Auto hundertmal überschlägt. Nein, nein, nein. Ich lande wieder so richtig traurig. Wird dann traurig? Traurig bin ich jetzt. Deine Kindheit war traurig anscheinend, oder? Oh ja. Das ist ein Lieblingswort. Das war auch wieder richtig lustig, eigentlich war. Nein, traurig, dass das einfach... Egal, erzähl dir das irgendwann anders mal. Hm. Genau wie du deinen Nachnamen irgendwo auch mal verraten könntest. Also und? Nein. Oh und Nachname wird nicht verraten. Na okay, Vorname ist ja schon verraten, oder? Nachname? Nö. Ist nicht. Oh nein. Nein, nein. Ja, 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 ja. Wenn ich jetzt diese scheiß Brücke runterfalle, dann krieg ich aber echt Aids. Ich ne, ich explodier einfach noch besser. Warum nicht? Was ist das? Super, ich hab wieder ne Chance jemanden zu überholen. Der erste musste dann ganz schön Fail gemacht haben, hat man das noch aufholen konnte. Wurde der einge... Ja, das... Oh, oh. Gerade halten, gerade halten. So. Oh, da vorne sind zwei Kandidaten. Oh, oh. Nein, nein, nein. Oh Gott, ey, das war ja auch wieder so klar, dass das Auto aufbockt. Warum steht da ein Bullenwagen? Keine Ahnung. Wegen die Ahnung. Ja. Da vorne fällt auch irgendwas. What? Ich bin nicht mehr letzter. Ich hab noch nicht mal mitbekommen, wie ich jemanden überholte. Na wie der abgeht. Tja, David, jetzt bin ich letzter. Weil ich einfach mal explodiere. Shepard so ein komischer SWAT-Wagen ist über die Bahn. Ey, ja, ich hab den Bullenwagen, da bin ich auch grad dran vorbeigefahren. David bildet hier nix ein. Ich bin einfach explodiert. Was soll ich dagegen machen? Ich hab den Fernseher in den Fernseher. Ich hab bei dir ne Ladung vorm Rennen platziert. Aber die crashen sich ja schon wieder gegenseitig weg, ey. Ja, das ist gut so. Solang ich nicht involviert bin, ist alles in Ordnung. Dieses Rennen, ey. Fast unendlich. Alex, da kommen gleich zwei Rampen, du musst die Rechte nehmen. Sonst fliegst du auf jeden Fall. Rechte. Ja. Da kommt der Crasher. Mach ich das jetzt so? Ach, David. Ja, ich sag noch, er kommt und er crasht mich wirklich weg. Alter, das ist schon das Ziel. Na super, ey. Jetzt bin ich Vorletzter. Mit welcher Ramp? Alter, jetzt aber Stoff hier. Ehrlich, jetzt kommt der SWAT-Wagen. Der Peitsch, der war richtig krass. Peischt. Der Fleischpeitsche. Ja, mit der Fleischpeitsche bewegt er sich voran grad. Oh, ich kann noch jemanden einholen. Ich kann noch jemanden einholen, Zitrone. David, ich weiß immer noch nicht, welche Rampe du meinst. Ja, du bist schon dran vorbeigefahren, die waren rechts und links so. Oh, du Arsch. 1, 1, 1, 1, 0. Play Massive Game, ja, boah, ja, klar. Nein, er hat mich noch überholt, ey, verdammt. Mal diese blöden... Scheiße, ey. Pk. Scheiße, sag mal nicht. Guck mal, sogar der SWAT-Wagen kommt vor den Zielern, Alex, ey. Ja, wenn mein Auto einfach mal explodiert. Explodiert einfach. Und ich bin zwei Meter vorm Ziel und dann rennen wir nie beendet, natürlich. Geile Sache, geile Sache, geile Sache. Fick dich, GTA. Voll schlecht, ey. Richtig schlecht. Ock, du ist zweiter geworden, ey. Ich bin Rockstar einfach nur scheiße. Nice, nice, Ock. Nee, nix nice, alles... Bäh. Ja, dir kann man es auch nicht gut machen, du. Hier nicht mehr, ey. Ja, hat sich erledigt, ey. Kann ich noch hundertmal hintereinander gewinnen, das ändert auch nichts mehr daran. Boah, ich mach mal drei Punkte eben. Kann man die Crasher schon ankillingen? Haben wir ja vorhin gesehen, Leute. Ja, da kommt der Crasher. Boom. Da gehst du auch ankillingen. So gut, alles klar, dann machen wir jetzt erstmal wieder Pause. Okay. Und in der nächsten Folge spielen wir dann mal GTA-Zombie-Mode. Keine Ahnung, was das ist. Zombie-Mode, oah. Zombie-Mode. Kann doch nicht sein. Wenn es sowas nicht gibt, kann das auch keiner richtig machen, also shit. So, alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Hau... Hau es rein! Hau es rein! Hau es rein! Hau es rein! Hau es rein!